Hallo, 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 meine Damen und Herren, willkommen zurück zu Röntum-Modde. Freunde, ich möchte mich besprechen, ich möchte mich, ich möchte mich, dass wir bei der Sessionale haben. Viel Glück bei euren Unternehmungen. Ja, gesagt, hier unten. Und dafür muss ich mir ganz notatisch besprechen, dass wir bei der Sessionale haben. Sprech nur. Aktiviert die Symbole in der richtigen Reihenfolge. Da, ich sehe es. Seid gegrüßt. Richtig. Ein neues Symbol. Weiter so. Da, noch eines. Ja. Gut gemacht. Danke. Die nächste Kachel, schnell. Richtig so. Ein neues Symbol. Weiter so. Da, noch eines. Gut. Ihr habt den Translocator-Schlüssel erneuert. Okay, wir haben es soweit mitbekommen. Sobald ich nicht gewartet. Wann können die Quest auch bei der ältesten Mera auch direkt wieder abgeben? Na ja, meine Lieben, das war es auch schon wieder. Weiter geht es in der nächsten Folge. Wir sind auf meinem YouTube-Kanal. Wir bleiben von einem. Danke, wie für's an. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. ور hoy. söyleye�� durch. uti.